Und noch zwei MCs, die Bock haben auf die Street! Das erste Mal heute im Turnier, ich bin der Grund, warum deine Freunde dich blockiert. Ich bin der, bei dem jeder Viertakter sitzt, seitdem ich das erste Mal zur Bierflasche griff. Oder auch, Herr Büchner, Physiator, denn dann werde ich lyrisch, gern mal Hardcore. Komm mir dabei, zynisch und auch stark vor Ort, raste komplett aus wie der syrische Diktator. Eine Frage, wer kann hier noch Fenderflow nicht sehen? Meine Gegner und der Krankenamt im Rett-Syndrom, gibt es Dinge, die ich noch nicht ganz erwähnt hab. Mein Schwanz ist ein langes Thema und deine Freunde will niemals den anderen haben. Aber es ist Dauer 7, du musst mir Überlänge zahlen. Und nachdem ich diese Tunte gepfickt hab, zieht sie Leine, die Rundebesitzer. Und der Nitzel-Rapper! Viertaktes Schlagabtausch. Ey, und ganz wichtig, guck mal, das hab ich gleich gemerkt. Mach ich so? Richtig nah an deinen Mund halten. Ja gut, nee, okay. Richtig nah. Du kannst ruhig ein bisschen höher die Hand nehmen. Also ich meine hier so, ein bisschen mehr zur Kapsel. Yo, gut, okay. So, so hab ich's, ja. Cooler Junge, okay. Wie heißt du nochmal? LBB. 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 Let's go! Vier Takte, DJ Pete. Hände in die Luft, Alter. Ihr wolltet das so. Ihr wolltet das so. Los LBB, gib ihm. Kein Problem, ich fang gleich mal gern an. Warum riecht deine Mutter nach meinem Sperma? Das war, viel Takte hättest du gehabt. Ach so, ja. Ja, ja. Überraschung. Okay, nochmal, nochmal. Noch zwei. Kein Problem, ich kick die räudigen Strophen. Wegen sowas ist Inzest in Deutschland verboten. So, und Change. Warte, warte, ja, ja, das ist ja echt, ey, woll, ganz kurz. Yo, 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 yo. Gib mir kurz das Mic. Und Change. Yeah, du wirst ins Arschloch gebankt. Darf ich vorstellen, ein Informatikstudent. Yeah. Digga, hab mal deine Fresse jetzt. Schau, Mr. Mike und ich mach den Krankenbettelrap. Kein Problem, jetzt wird dein Kopf gefickt. Sogar dein Mikrofon hat keinen Bock auf dich. Weiter, weiter. Kein Problem, jetzt wird der Lutscher gedisst. Jetzt mit dem Mikrofon hab ich deine Mutter gefistet. Gebt euch Respekt, gebt euch Respekt, gebt euch Respekt. Also. Bei den Sinn exhale. Bei den Sinn guldenst.